Hallo zusammen und mein Name ist Siegfried Eichhorn. In diesem Video gebe ich euch einen kurzen Einblick in meine Film- und Fotoarbeit. Und da ging es einfach darum, Lösungen für irgendwelche Probleme zu schaffen. Problem war, fangen wir gleich beim ersten Shoot an, ein Food-Dreh. Und da wurden die Zutaten, also verschiedenen Gemüsearten, auf einem 2 Meter langen Holzbalken aufgebaut. Und die sollten im fertigen Video als Zutaten mit Einblendungen erscheinen. Und eine 2 Meter Länge hat mich dann tatsächlich vor die Herausforderung gestellt, die Kamera ruhig zu halten bei dieser Slider-Aufnahme. Ich habe zwar einen Slider, aber der ist nur so lang. Mit dem kleinen Slider wäre das nicht möglich gewesen. Und dann haben wir kurz nachgedacht und glücklicherweise lagen da zwei Skateboards rum. Und die haben wir dann genommen, um eine stabile Kamerafahrt hinzukriegen. Und so hat es ausgesehen. Für die Pommes haben wir heute verschiedenfarbige Karotten, Kartoffeln und Pastinaken dabei. Die werden mariniert mit Salz, Pfeffer, Paprika und Rapsöl. Das Hummus-Grundrezept besteht aus Kichererbsen, Tahin, das ist eine Sesampaste, Knoblauch, Zitrone, Kreuzkümmel, Olivenöl und natürlich Salz und Pfeffer. Ja und aktuell heute sitze ich hier in meinem Zimmer und möchte diese Zahnpastatube ganz besonders in Szene setzen. Also das heißt, ich stelle mir einen 5 bis 8 Sekunden Shot vor, auf diese Zahnpastatube möchte ich irgendwie besonders aussehen lassen. Und da habe ich mir überlegt, wie könnte ich das machen und so bin ich vorgegangen. Ich habe mir erstmal im Kameraverleih eine ganz besondere Linse ausgeliehen und die probiere ich heute mal aus. Das ist diese Linse hier, eine Laowa Weitwinkel Makro Linse. Schaut euch die mal an. Haha, ist die krass. Ja, die Länge ist doch entscheidend. Ja, die hat eine Blende von F14 bis F40. Also man braucht relativ viel Licht. Und ich habe jetzt hier schon mal eine Softbox aufgebaut und einen zweiten Strahler werde ich da auch noch auf den Tisch hier richten und diese Zahnpastatube entsprechend aufnehmen. Die Zahnpastatube heißt Brilladent, da ist Diamantenstaub irgendwie mit vermischt und da habe ich mir auf Amazon dafür extra noch kleine Diamanten bestellt. Also das ist so Hochzeitsschmuck für 6-7 Euro. Und das möchte ich auch irgendwie mit diesem Shot kombinieren. Also Diamanten, die Zahnpasta, ein Slider mit dieser Makro Linse. Und jetzt gehen wir es mal an. So, jetzt gehen wir mal näher ran. Und dann zeige ich euch gleich mal, wie es im fertigen Video aussieht. Wenn es denn klappt. Jetzt baue ich dieses Set ab und werde nochmal irgendwas anderes filmen. Vielleicht Bücher? Das war jetzt ein ganz kleiner Einblick in meine Arbeit. Es freut mich natürlich sehr, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und vergesst nicht, ein Like fürs Video da zu lassen und bald wieder einzuschalten. Euer Sigi vom Arbeitsing. Bye, bye. 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 Bis zum nächsten Mal.